hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme minecraft live in der woods ja lange nichts mehr von mir gehört aber jetzt geht's wieder voran wir haben auf jeden fall noch einen rucksack leer zu machen und ich muss noch was sagen noch ganz schnell liebe grüße gehen an die sara aus wir haben noch einen essensrucksack voll ich weiß nicht was ich mit den ganzen essen machen soll hier passt ja nichts mehr rein ich glaube es wird nicht gehen wenn wir hier eine truhe herstellen das wird nix wir brauchen bestimmt noch solche dinger wir hatten ja unten wir hatten das letzte mal ruhen gemacht ne 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 oder jo ich weiß nicht wohin mit dem ganzen zeug von e haben wir das alles mal mit rein keine ahnung drüber rohstoffe vielleicht egal so essensrucksack die immer gleich mal zum essen das ganze andere zeug ich soll ich das noch alles weg sortieren das ist einfach unser hammer vor allem und dann noch große fresse haben ja wir gehen ernten alten scheiß werden wir machen wir gehen überhaupt nicht ernten gott kastanien was können wir mit den kastanien machen nicht kann sie nur grillen oder was so pass auf wir brauchen der essensruhe ich baller jetzt einfach hier alles rein hat sowieso kein durchblick mehr alles verloren alles schick ananas hatten wir englischen ananas draußen näher erinnere mich nicht mehr ich muss das sieht's raus mit höchster präzision hier ein kernchen rausgeschnitten aus der kompletten ananas ein kleines kernchen rausgekriegt ein kleinsamen jetzt geht jetzt die sonne unter ich wollte das eigentlich noch draußen einpflanzen fix kommt das machen wir einfach noch alles beleuchtet hier von daher ist mir scheiß egal es ist dein ernst scheiß spiel junge da kommt pflanz ach so die geht ja nicht zu pflanzen immer was man da bist echt verwirrt so da noch innen alles schickimicki hier alles ja läuft schön blaubergkuchen eingeschnafftet so was hat man jetzt noch mehr müssen in den essensrucksack reis haben wir auch noch nicht soja boden haben rosenkohl kapoktuft haben auch alles baumwolle so den fleisch topf dem haben wir auf jeden fall auch behalten einfach was alles fertig ist lassen wir im inventar kartoffeln so pass mal auf hier erstmal da das ist das rein so das geht okay und jetzt wieder in unser kellerstübchen alter wie lange ich minecraft schon nicht mehr gespielt habe es echt extrem krass lange her aber es macht auf jeden fall wieder spaß so werden wir gleich mal gucken ob ich heute noch mehr auf folgen durch hau was können wir eigentlich mit der essbaren wurzel machen das ist eigentlich nur schrott oder wir lassen es mal drinnen vielleicht brauchen wir es für irgendwelche rezepte keine ahnung ob wir knoblauch schon oben hatten ich weiß es nicht mehr was ist das hier eigentlich orange wolle das braucht doch keine sau damit wir hier mal ein bisschen platz reinkriegen oh gott knoblauch keine ahnung ob wir knoblauch schon oben hatten ich weiß es nicht mehr bohnen haben wir glaube auf jeden fall persimone die hat man noch nicht okay das wird auch nichts ich glaube die kann man einfach nur essen wandert dann hier mit hinein so das candela glumbe kapok duft kommt auf jeden fall nach oben fleisch lassen wir mal schnell durch den ofen war hier nicht auch noch nie war kein drinnen so kapok tuft war hier drüben irgendwo so welches waren jetzt das richtige das ne so brokkoli hier drüben noch nicht drin oder doch da unten und jetzt haben wir es schon unten reingepackt nein so egal was ist mit knoblauch knoblauch samen den pflanze ich gerne draußen hin so wir könnten bald mal wieder sandwich machen oder bürger bürger auch eine möglichkeit so mal gucken wie lange der knoblauch braucht so eibig pflanze ich wollte eigentlich mal abernten na hier so kapok tuft soja boden welche waren das ich habe halt von anfang an gesagt wir machen schilder aber nein wer hat es wieder vermehrt mich keiner daran erinnert von euch hier soja boden mal durchgerannt so mal durchgerannt so ach schön ach lange nicht mehr hier gewesen finde ich nice nicht immer nur dbd und so nicht hier abschlachten und so ne auch mal so schön in ruhe irgendwas schön gemütlich spielen so wieso ist da jetzt nichts unten drin ach doch zwei wieso hat sie das gerade nicht angezeigt ich verstehe es nicht gut dann klatsch mal die soja boden mal hier rein das kann kandelilla das keine ahnung das hörte das gehörte eigentlich gar nicht in die küche ne das ich möchte eigentlich nur so fertiges zeug einhauen eigentlich müsste man das jetzt alles darüber basteln damit wir hierfür noch mehr gemüse platz haben so da haben wir eh nur noch eins davon hier ähm warte so können wir das gleich können wir äh ne gut dann also wie wärmer von dem kakao was war das mhm ja wir basteln das jetzt mal hier drüben rein 16 mal heiße schokolade oh das wärts auch was mhm oder ein stück nutella kuh das wär auch was schönes so cheesy ok was haben wir noch guck mal so viel brauchen wir doch nicht oder oder nehmen wir es doch mit ach gebutterte kartoffeln ok ok genau und das dann da rein du meinst so das fleisch lassen wir gleich mal hier käse müssen wir dann auch wieder herstellen wir gucken mal hier alles durch so den wieder oben rein zack 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 achso ne ach müssen wir wieder warten ah das ist noch ein bisschen naja wie schnell du dann dein inventar zugemülzt so fester tofu und dann kommt da unser sojamilch raus ich weiß aber nicht mehr wie das ging mit dem cheeseburger müssen wir noch mal gucken so ein bottle wir tun nicht alles vor pulver und wir stecken da mal ein bisschen was davon hier rein ja ja ne so nicht so ok haben wir das auch fertig und wie war das jetzt kann man das können wir doch auch nochmal oben rein oder 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 ne gut da hätten wir das auch nehmen wir das alles mal mit packen das hier drüben rein damit wir auf jeden fall genug davon haben ich weiß nicht wie haben wir davon ich weiß nicht wie haben wir davon fester tofu 3x16 das 8 ok so wir haben wir 4x16 ok ach da haben wir noch welches also warum schmeißen wir das nur weg so habe ich jetzt die 8 wieder einstecken der packt rum so ich wieso habe ich was so jetzt ist aber alles ist ok ja gut die küche die hölle vor allem farbkombination echter hammer top so da ist ja noch welches so ja liebe freunde wir haben noch diesen rucksack auch wieder voll mit irgendwelchen keine ahnung rockensamen haben wir noch ich sortiere jetzt erstmal nur schnell die bäume aus und das essenzengelumpe ok keine ahnung vor allem rocken haben wir schon rocken ich glaube wieso 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 ist das jetzt schon wieder hier so ist dunkel wir gehen erst mal schlafen so oh unser bett oh guten morgen so rockensamen los jetzt go 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 heute ist der wurm drin irgendwie komisch wo hauen wir den rockensamen hin sollte eigentlich schon hier Richtung Weizen bleiben die frage ob wir wirklich so viel Weizen brauchen mittlerweile noch ach komm ich haus erstmal hier hin aber das sieht aus als ob wir das hier schon mal haben ne das ist Mais warte wie sieht denn bei denen bitteschön Mais aus wie sieht denn bei denen bitteschön Mais aus wie sieht denn bei denen bitteschön Mais aus naja mal gucken was draus wird lass dich überraschern so dann schnell noch runter die bäume weg sortieren und dann sind wir auch schon wieder am leider Gottes ab folgend Ende wo hat man die bäume drin ne wo hier ok was ist denn das überhaupt Stachelbeere das ist ein Busch das ist doch kein Baum warum das ist wie ein Himmel eichen nicht weg so hier Blüten mit nein einmal da verzaubertes Buch ewiger Kompass ah ja gut hätten wir das soweit erstmal geschafft also bis auf das hier das tue ich jetzt nach oben rein das lasse ich nicht auf mir sitzen oder ist das Ding einfach voll ne ne das nicht voll oder ähm das du ne ne sollte eigentlich so es ist nicht mehr da ich lauf einmal um den Tisch rum wenn es wieder da ist dreh durch ok ne müsste diesmal geklappt haben und damit verabschiede ich mich von dieser Folge Minecraft live in the woods ich hoffe euch hat es ein bisschen gefallen ihr seid es nächstes Mal wieder mit dabei schaltet ein und ähm noch mal eine große Sache viel Spaß ciao